Du, was glaubst du, wie viele Leute sind hier auf dem Server, von denen du schon mal Video geklaut hast? Hä, was musst du gerade sagen, weh? Ne, ich, also ich klau nur von Deutschen eigentlich. WTF? Ja, dann sind ja auch alle auf dem Server. Ne, Beto ist nicht drauf. Ja, aber, ja, Beto irrelevant. Ey, what the fuck? Oh, WTF? WTF?